Mein Mann, herzlich willkommen zum neuen Informationsvideo, also der Kanal, ich probiere ihn jetzt noch irgendwie im letzten, irgendwie den letzten Auftritt zu geben. Ich probiere nochmal den Kanal aufnehmen zu lassen, alleine oder maximal zu zweit, weil erstens der Kanal hat von Anfang an nur mir gehört und ja, ich werde jetzt kommen mit alleine wieder anfangen. Also, ich werde ein paar Let's Plays von den Videos, die ich noch vor meinem zweiten Kanal habe, noch hier mit hochladen und ja, gut, das ist ein Informationsvideo und ciao Leute.